Hey Friends, die letzte Woche saß ich komplett an dem letzten Bild für meine Hippie-Kollektion und die von euch, die mich jetzt schon länger verfolgen, wissen ja bereits, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, eine Villa auf Ibiza mit meinen Bildern auszustatten. Diese werden dann am Ende eingescannt und auf Platten gedruckt und die kommen am Ende in jedes Stockwerk des Hauses in den Flur. Ich habe die komplette Hippie-Reihe so aufgebaut, dass immer ein Bild überwiegend ein Thema darstellen soll und bei der Vorgehensweise habe ich zwar ganz anders gemalt, als ich sonst male und auch mit Acrylfarbe gearbeitet, aber habe trotzdem dann meine Tropfen in jedes Bild integriert. Ich habe immer mit Farbflächen gearbeitet und mit schwarzen Outlines. Auch habe ich in jedem Bild ein Secret-Element versteckt und ich bin gespannt, wer es von euch findet. Obwohl das Bild im gleichen Stil gemalt ist, finde ich, ist es nochmal was ganz anderes als die anderen Bilder und zwar von der Aufteilung und auch von der Fülle her. Trotzdem finde ich, dass alle vier nebeneinander sehr gut harmonieren und perfekt zum Ibiza beipassen. Ich bin gespannt, wer das Element findet und macht das Pluswerk für mehr.